hallo mein lieber krebs so es gibt heute die herbstlegung mit den lennemond karten also herbst september oktober november wir wollen einfach mal schauen was hier für euch kommt es ist aber mehr eine vorschau für alle um weil ich diese legung für die kanal mit oder für meine kanalmitglieder mache ja dennoch dürft ihr gerne auch in die kanalmitgliedschaft reinkommen es ist sowieso monatlich kündbar und bei einem preis von 5,99 in alle sternzeichen reinzuschauen also das ist das ist machbar so für meine krebse was kommt im herbst bitte ok urlaub ein ziel zu erreichen ja eine reise so was gibt es hier sonst noch ist ja möglich dass auch eine verletzung kommt als ich vorhin geredet habe das habe ich euch nicht gezeigt hat sich in meiner hand noch die sense umgedreht also es könnte sein dass eine verletzung kommt eine operation kommt oder irgendwas plötzlich ja so für meine krebse was was zeigt sich im herbst so das schauen wir uns gleich an ich werde nämlich noch nach einem thema für den herbst erfragen so und zwar hier noch mit diesen lennemond karten was wird ein thema sein im herbst bei den krebsen bitte na hoffen wir es nicht ein streit wird es geräte etwas sauber machen zum beispiel die sommerkleidung wegpacken oder winterkleidung rausholen es wäre auch streit hier bitte noch eine karte streit mit jemandem aus der vergangenheit klärungsbedarf mit jemandem aus der vergangenheit also es kann auch ein ex partner sein ja das würde ich hier sehen und wenn 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 das jetzt nicht so der fall ist es wäre ein streit mit einem vorgesetzten ja im beruflichen zum beispiel natürlich kann es auch ein richter sein ja falls sie mit einem richter zu tun habt okay jetzt habe ich mal euch einiges genannt so dann lasst mal hier noch mit den tarot karten ja irgendwie ich weiß nicht warum ist bei vielen so ein umbruch da ja aber das wäre das wäre hier auch unerwartet kommt ein streit unerwartet gibt es klärungsbedarf mit einem mit einem ex partner oder mit einem vorgesetzten ja okay das ist nämlich der turm dann lass mal schauen lass uns beginnen moment dass hier noch hier rüber so wie gesagt es ist nur eine vorschau sozusagen ein trailer ja was hier für euch kommt ja hier kommen informationen rein hier kommt eine weiterbildung rein ein geheimnis ist auf dem weg ja okay dieses geheimnis bringt hier blockaden bringt hier herausforderungen oder diese information es ist ja sowieso auf dem reiter diese information was hier rein kommt bringt herausforderungen mit sich kurzzeitige herausforderungen ja immerhin ist es auf dem platz des klees so aja das ist eigentlich alles dasselbe ja informationen kommen hier rein oder vielleicht möchtest du eine weiterbildung machen die ist sehr herausfordernd aber du gehst es an ja so ich denke zu hause wird es bei dir erfolgreich werden werden ja du wirst hier an lösungen arbeiten an ideen arbeiten moment ich muss es ganz kurz schärfen okay wachstum erfolg im beruf aber wir müssen nachher schauen wo der beruf liegt ja jetzt schau mal das mindert natürlich das ganze ja es gibt hier einfach auch unzufriedenheit das heißt nicht dass du keinen erfolg hast aber es ist es gibt hier unzufriedenheit im beruf es gibt dinge die an einem knabbern einen verärgern ja es gibt einfach unklarheiten unzufriedenheiten okay moment das ist dann die siebte karte ja in der öffentlichkeit läuft etwas kompliziert und hier noch die achte karte okay abschied von einer verbindung pause von einer verbindung ich tue hier das immer als für den liebesbereich deuten natürlich kann das hier mit dem ring auch irgendein anderer vertrag sein ja aber ich kann hier nicht auf alles eingehen falls sie eine persönliche kartenlegung wünscht dann sagt mir einfach dann dann schaue ich genau da in diese sache so ja hier geht es um eine familiäre verbindung würde ich sagen es gibt hier ein geheimnis zu hause okay was das hier auch noch bedeuten kann ist dass man ähm also ein familiengeheimnis ja ähm ein unbekanntes haus weil hier ist ja der schlüssel ja falls ihr auf wohnungssuche seid ein unbekanntes haus ähm ein ein verborgenes geheimnis ja oder wie gesagt etwas vor der familie verheimlichen und das führt hier zu herausforderungen ja okay ja und es bringt hier auch unklarheiten dieses geheimnis ja wie gesagt es kann auch sein dass hier ein haus ist von dem du noch nichts weißt und ja das ist hier einfach unklar okay ja hier ist auch schon der umzug also es ist nicht nur die umzugskarte aber ähm da es jetzt so nah am schlüssel ist und hier ist das haus wäre wirklich möglich dass hier ähm ja falls ihr auf wohnungssuche haussuche seid dass ihr was auf euch zukommt ähm das ist doch mal sehr sehr schön aufregung glückliche aufregung sehe ich hier schau mal hier würde ich tatsächlich sehen erfolg ja totaler erfolg man ist unzufrieden ja trotzdem aber erfolg hat man hier im beruf okay wir müssen weiterschauen neuanfang ja das ist hier der neuanfang äh schicksalshaften neuanfang wirst du hier haben ähm einen schicksalshaften neuanfang hier gibt es ganz wichtige entscheidungen für deinen neuanfang ich nehme noch eine letzte karte und dann ähm ja ähm ähm auch wenn hier belastungen sind ja irgendwas belastet einen mit einem neuanfang es wird wieder leichter ja es fühlt sich aber falsch an ja also ich glaube da möchte man noch ein bisschen dran arbeiten ja es fühlt sich noch nicht ganz stimmig an so meine lieben wie gesagt das ist die legung für die kanalmitglieder und für diejenigen die in die kanalmitgliedschaft kommen möchten ja das war jetzt nur mal ein kleiner einblick in den herbst hinein also drei monatslegung ist es ja also falls ihr möchtet falls ihr lust habt ähm kommt bitte mit dazu alles liebe und alles gute für euch bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020